willkommen zurück bei hometag amazon hat seine prime days eingeläutet im endeffekt der vorreiter des black fridays und wir gucken mal rein ob was brauchbares dabei ist los geht's ich habe mich mal wieder durchgeklickt durch die verschiedenen kategorien primär technik ganz klar was es nicht gibt an der stelle sind so thema power stations und co wo ich sage okay das ist eigentlich cool in der variante ich habe alle preise parallel auch noch mal bei idealo durchgejagt um mal zu gucken und gerade bei dem thema power stations oder auch power banks habe ich heute stand heute auch nichts vernünftiges gefunden gibt es in vielen shops einfach günstiger außerhalb von amazon und ja aber unabhängig davon habe ich schon einiges gefunden wo die preise gut sind an der stelle und auch irgendwie so zwischen fünf und ich glaube 13 prozent günstiger sind als am rest der welt das mag bei manchen sachen nicht so viel sinne sein aber man kann paar euro mitnehmen und wir gucken mal durch was ich ganz gut fand es gibt von der firma kuschel gibt es die p3 plus ssds die nvme ssds die sind ganz gut im preis das kann man mitnehmen hier fand ich das 4 terabyte modell sehr gut ja es hat einen preis von aktuell 200 euro hat bis knapp fünf gigabyte schreibenden schreibraten darauf also eine wirklich wirklich schnelle ssd und mir ist klar es gibt auch ssds die schaffen 7 gigabyte die sekunde aber das ist sage ich mal für 99,9 prozent der menschen ist das total egal also fünf gigabyte knapp fünf gigabyte die sekunde ist wirklich mehr als schnell und das passt die zwei terabyte variante die gibt es für knapp 90 euro aber wie gesagt gerade die großen vier terabyte varianten sind dann sind dann doch schon immer ein bisschen teurer und für knapp 200 euro bekommt man hier einen guten mehrwert und eine wirklich schnelle und eine vernünftige ssd hat auch irgendwie bei amazon knapp wie viel 10.000 bewertungen also das läuft schon ganz gut mainboard technisch von asus für die in aktuellen indel prozessoren ich habe gerade neuen rechner zusammengebaut von daher war ich da gerade so ein bisschen drin in der bubble das asus rockstrix set 790 a ist schon ein etwas hochpreisiges sehr gutes mainboard für den sockel 1700 der sockel 1700 das ist für die aktuellen intel prozessoren also der i5 13 600 der 13 700 oder der i9 der 13 900 k all die dinger können damit befeuert werden absolut hochklassiges mainboard mit allem was das herz begehrt und einer super stabilen und groß ausgebauten spannungsversorgung werden gerne übertakten möchte ebenfalls hier 366 euro ersparen das gegenüber dem rest der welt sind so aktuell 20 25 bis 30 euro so die richtung auf alle fälle günstiger als woanders ja grafikkarten ist immer noch alles ein trauriges spiel an der stelle kosten immer noch richtig geld für mir ich oder für mich ich habe ja die asus tough gaming genau die grafikkarte in der nicht oc overclocking variante hier gibt es im freien angebot die overclocking variante für stolze 1292 euro 99 cent ist immer noch scheiße viel geld für grafikkarten ja ich glaube aber das wird vorerst alles so bleiben an der stelle im endeffekt man spart hier gegenüber anderen shops stand heute 60 70 euro an der stelle sie ist ein ticken günstiger als woanders also wer eine wirkliche high end grafikkarte sucht der ist hier gut aufgehoben der 4080 gibt es natürlich günstigere modelle aber auch so von der kühlung und vom kühlkonzept ich finde die richtig gut darum habe ich sie mir gekauft die nicht oc variante und ich kann wirklich sagen 4080 rockt einfach an der stelle die welt ziemlich gutes angebot wie ich finde ist die logitech mx keys kabellose tastatur und bluetooth das ist eine tastatur die nutze ich tatsächlich hier selber und zwar seit release und bin davon wirklich angetan das ist eine wirklich hochwertige schöne gute tastatur ist keine mechanische tastatur aber ja finde ich wirklich wirklich gut die macht spaß die funktioniert gut die hat eine sehr gute akkulaufzeit und der preis ist jetzt hier beim der 70 euro auch der preis ist wirklich gut die ist in den vergangenen zwei monaten preistechnisch auch wieder nach oben gegangen auf über 80 90 euro und 70 euro ist absoluter top preis für die tastatur auf der anderen seite ich bin auch gerade wieder am gucken nach einer mechanischen tastatur und hier war das thema für mich kommen hier tastatur und maus muss bei mir kabellos sein auf dem schreibtisch und da bin ich dann auch über die logitech g 915 lightspeed drüber gestolpert das ist ja im endeffekt die mechanische rgb tastatur für das ganze kostet aktuell bei 149 euro und da überlege ich gerade wirklich ob ich schwach werde weil die liegt im schnitt auch immer bei 180 190 euro ist auch unheimlich preisstabil und hierfür 150 euro heute kann man auch mitnehmen switch das kann man sich im endeffekt heraussuchen click switches lineare switches oder taktile switches also im endeffekt die click switches die machen so ein richtiges klick 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 wie man das kennt bei technischer bei mechanischen tastatur die lehnen die linealen switches die lassen sich einfach nur gerade runterdrücken und die taktilen switches die haben so ein anfangswiderstand bevor die sich drücken lassen je nachdem das geschmack ja das einfach geschmackssache an der stelle aber hier 150 euro fand ich gut kann man machen was ich noch gefunden habe ist der bosch professional bohrhammer gbh 228 f warum kommt er jetzt unbedingt bohrhammer rein naja also ich habe genau dieses modell hier benutzt für die haussanierung und das ist wirklich ein beast von bohrhammer ja das ist halt nicht mehr so ein spielzeug das ist schon ein bisschen ernsthaft den habe ich tatsächlich in einem anderen online shop für 209 euro gefunden dachte aber ich nehme den mal für 200 was kostet hier 14 euro 99 mit rein fünf euro mehr dafür direkt bei amazon das ist wenn man den ein bisschen pflegt und mit ein bisschen liebe behandelt dann ist das glaube ich so der letzte bohrhammer den man sich so in sein leben kauft das ist dann wirklich schon mega gut stahlbeton decken kleine abbruch arbeiten also das ding lief hier anderthalb jahre dauermodus bei der ganzen sanierung hat das auch komplett überlebt also wer wirkliches männerwerkzeug braucht das ist wirklich ja finde ich gut kann man mitnehmen kopfhörer technische nicht der günstigste preis den den es jemals gab aber dennoch mit 299 euro der sony w h 1000 xm 5 ja das aktuelle modell der over ear sony kopfhörer den benutze ich selber habe dafür ich glaube beim letzten black friday nie ist gelogen 305 euro habe ich bezahlt voriges jahr noch ein fünfer mehr auch relativ preisstabil das ganze aber auch eine absolute empfehlung streiten sich die geister darüber die xm 4 sind jetzt besser als die xm 5 hat beide seine vor und nachteile die xm 4 sind in summe ein bisschen bassiger die xm 5 sind für mich vom klang her in summe ein stück besser abgemischt aber ganz klare empfehlung und wer hier nicht die ober ihr sondern die in ihr varianten braucht von bose die quite komfort ihr was die zwei varianten sind es jawohl die zwei varianten gibt es auch hier für 199 euro ebenfalls guter preis für in ihr varianten also wer da nicht so auf den normalen apple airport trip ist hier kann man auch nahenlos zugreifen das funktioniert die sind auch klangtechnisch sind sie besser kann man machen bei den bluetooth lautsprechern habe ich zwei stück rausgesucht zum einen gibt es den kleinen anchor ja den soundcore 2 ja ich gehe mal hier so drauf man sieht das ist so ein kleiner schnuckliger bluetooth lautsprecher kostet für nicht die welt für 30 euro als badezimmer küchenradio oder auch für die kids oder ähnliches als bluetooth lautsprecher macht man da nicht so viel verkehrt ich nehme ja immer die amazon prime ist auch schon mal zu sondieren so weihnachten was kann man wem so schenken und ja kann man machen also für 30 euro man sollte jetzt keine klangwunde erwarten aber von der verarbeitung etc pp ist ja super bevor die echo dots hier überall im haus eingezogen sind hatte ich auch von anchor den den ersten soundcore diverse in den räumen macht ja für ein bisschen beschallung reicht das absolut aus wer da ein bisschen mehr beschallung braucht und gleich ein bisschen viel mehr der soundbox generation 3 ist ebenfalls wieder im angebot wieder für 799 euro das war auch schon beim letzten black friday deal so der fall das ist dann schon die brachiale party box für draußen also das ist so teufel rockstar niveau also da solltet ihr wirklich sehr tolerante nachbarn haben wenn ihr das ding habt das scheppert schon die welt also für 800 euro kriegt man dann hier einen bluetooth lautsprecher der schallert auch schon einiges weg und der preis wie gesagt 799 euro kann man absolut machen kann man mitnehmen so was habe ich noch ich habe noch zwei smartphones rausgesucht wo ich im preis leistungstechnisch noch ganz gut dabei waren das eine ist von google das pixel 7 absolutes oberklasse smartphone da es direkt von google kommt auch die update sicherheitsupdates und auch die google versionen an sich die android versionen sind für die nächsten jahre damit gesichert gibt es hier bei den aktuellen primedays für 506 euro preis ist gut kann man nicht sagen passt die samsung galaxy serie so die s23 ultras etc pp also die wirklichen high end smartphones die gab es in anderen shops tatsächlich noch mal ein bisschen günstiger aber hier ich sage mal die oberklasse kann man auf alle fälle mitnehmen passt ja gute kamera gutes display also das pixel 7 ist wirklich ein sehr sehr gutes allround smartphone modernes allround smartphone für die die es etwas günstiger haben möchten habe ich noch gefunden das motorola moto g 23 man weiß ja im endeffekt dass man mit einem 200 euro smartphone in der regel alles machen kann was man so braucht der rest ist ja tatsächlich im nice to have an der stelle aber hier gibt es im endeffekt auch in 6,7 zoll smartphone 5000 milliampere akku 8 gigabyte ram 128 gigabyte speicher und jetzt hier bei dem primedays für 149 euro ist wirklich ein sehr sehr guter preis also wir einfach nur smartphone braucht mit einer langen akkulaufzeit ein großes display was einfach gut funktioniert und vernünftig verarbeitetes motorola moto g 23 kann man mitnehmen zu guter letzt nur damit damit ich es noch mal erwähnt habe amazon hat natürlich auch seinen ganzen eigenen kram wieder massiv rabattiert gegenüber den uvp normalpreisen das heißt die ganzen echo geräte fire tv geräte die echo show geräte cube etc ist alles wieder mit dabei also wer da noch was braucht ja kann auch hier wieder bedenkenlos vorschlagen ich bin mittlerweile tatsächlich ein kleiner fan davon ja bei uns ist das ganze haus damit förmlich verseucht kann jeder halten was er will ja ob man jetzt ein apple tv google chrome oder die amazon schiene fährt aber auch die normalen gerade die die günstigen kleinen fernseher hier im haus die haben alle irgendwie so ein amazon stick ein 4k stick hinten dran oder auch im wohnzimmer den amazon cube mir gefällt das einfach so von der ganzen smart tv oberfläche gefällt mir das bedeutend besser als das was intern da verbaut wird von samsung oder sony zumindest bei den fernsehern die wir haben weil das ist alles langsam das ist alles von der bedienung her manchmal sehr kompliziert und die amazon geräte gerade der cube den bin ich ein großer fan von dem tier fire tv cube weil der ist von der performance ja auch wirklich gut funktioniert und auch die echo dort geräte sind hier im ganzen raum im ganzen haus verteilt die werden hier als sprechanlagen verwendet kann man machen wollte zum mal erwähnen amazon hat natürlich auch wieder seine eigenen produkte massiv rabattiert auch kindles etc pp wer da noch was sucht kann man auch mitnehmen die hier vorgestellten produkte sind unten in der video beschreibung verlinkt ganz klar können reingucken wenn es euch interessiert amazon an sich im endeffekt sie haben wieder überall die prime der angebote reingeknallt über alle kategorien von den bleistiften bis hoch zur waschmaschine gibt es alles ja aber auch ganz klar die empfehlung wenn ihr da was gefunden habt jagt das auf alle fälle noch mal durch eine preissuchmaschine durch weil auch amazon ist mit dem prime der angeboten bei vielen sachen im endeffekt haben sie mal nachgezogen auf den preis den auch andere händler schon haben oder auch im hashtag power stations die gibt es woanders auch günstiger als jetzt hier mit den prime deals also da muss man immer so ein bisschen gucken und im endeffekt in die riesen rabatte habe ich wieder an der stelle nicht gefunden man spart hier und da ein paar euro also wer da irgendwas sucht oder jetzt auch vorausschauend weihnachten da steht ja auch schon wieder fast vor der tür hier kann man hier schon mal so ein bisschen sondieren oder schon mal die ersten paar kleinigkeiten oder schönen sachen mitnehmen das funktioniert ganz gut ich gucke auf alle fälle morgen auch noch mal rein durch die kategorien was ist da noch so spannend es gibt wenn ich noch mal so fünf sechs sieben zehn zwölf sachen zusammenkriege dann mache ich auch noch ein kurzes update video aber für heute hier soweit wir sind durch ich bedanke mich wie immer fürs zusehen wir sehen uns im nächsten video ciao